hallo das ist tour tagebuch hexen witches dance wo sind wir heute saarland warum saarland losheim im saarland das ganze sind hier von der pfalz ich lieg allerdings noch so sieht es aus wenn man auf der grob schafft so wichtig ist nach dem ausstehen wasser und ein kulturbeutel ja hab ich auch hier zähneputzen und so ist zwar luxus aber wir machen es trotzdem dann zeige ich euch mal was das hier da ist meine zahnbürste drin das rosa meine lieblingsfarbe mit so kleinen nixen drauf passt er zum hexentanz hallo ich bin die zahnbürsten kappe vom schon und ich muss jetzt wieder diesen stinkigen mund ja herr holt nicht der gold ist hier wo ist denn hier der eingang für kleine menschen rötchen rot ja das ist das was vom rührei übrig ist hat man davon immer so lange schläft käse wurst tomatinos früchte es ist halt wie du immer wieder bis zum schluss gefeiert hast liebes tour tagebuch von till so sieht es nämlich aus till ist nämlich wieder der der bis zum schluss irgendwie olle 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 hoch die tassen ja deshalb ist er der letzte am frühstücksbuffet und was mich persönlich sehr freut weil bis till in die welt kam war ich immer der letzte jetzt habe ich noch einen auf dem ich rumhacken kann das finde ich total geil auf dem weg vom catering zur bühne einfach nur so das areal abchecken so sieht das da ist da sind die leute fleißig am arbeiten ei fleißig am arbeiten schaffe schaffe das ist mein tour tagebuch es ist so interessant hier das ist ein stück haut er setzt sich auf den kopf schweißig am besten schweißig am besten arme hoch den knack 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 arme runter arme hoch und einmal den ellenbogen durch schwing 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 gegen wja und was ist mit dem andern pohl ist meine kippe nein nein nichts anderer poki hier ist meine kipp install lese wir sind jetzt auf dem weg zum meet and greet Auf wen warten die denn? Aha! Hi! Dankeschön! Da stehen sie! Bald ist Show! Und jetzt geben sie sich Mühe grad! Ich brauch noch ne Sekunde! Oh, man sieht auch hier schon ein paar Menschen! Dankeschön, Dankeschön! Ich war geil, ich war geil! Immer noch Tourtagebuch. Ich hab was. Lutzis Füße stinken wie die Sau. Er hat sich genau so... So zu unserem Freund. Ich ihn überhaupt nicht. Schaut's euch an! Hier sind die Füße! Hier! Und da ist das Gesicht! Das sind keine Füße! Boah, der schnick wie die Sau! Geh raus, Alter! Bitte! Bitte! Ich mag nie mehr! Und das letzte Wort möchte ich heute dem Tambour übergeben. Mit seinem einschneidenden Erlebnis auf der Bühne. Schauen wir uns doch kurz, was passiert ist. Alle unsere Zuschauer, Mädels und Jungs. Am Anfang kam der Hochmut und am Ende kam der Fall. Das Klavier ist... Das Klavier ist umgefallen. Ich weiß nicht wie. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nix gemacht. Das Klavier ist einfach umgefallen, mitten auf der Bühne. Außer es wegdreht mit Gewalt. Ne, das war... Wenn's das nicht aushält, ist es scheiße. Ja, aber weißt du, du jammerst hier rum, weil dir dein Klavier umfällt. Ich bin auf die Bühne. Das erste Mal auf die Snare gehauen. Pong! Ist der Snare-Teppich gerissen, ne? Dann hab ich mit dem zweiten Lied die zweite Snare gekriegt. Pong! Ich war nicht gestimmt. Die dritte hat dann durchgehalten. Wie? Man kann so ein Ding stimmen. Wenn meine Snare nicht stimmt, bring ich dich sofort zum Laden zurück und lass mit dir umtauschen. Das ist ja ein Riesenfrecher, das ist ja sauteuer, das Zeug. Das muss stimmen, wenn man's kauft. Der Till macht das mit seinen Gitarren übrigens auch so. Der stimmt? Ne, der bringt es zurück, wenn sie nicht stimmen. Und der Frank? Das bin ich. Der? Der stimmt überhaupt nicht. Also mit dem stimmt's auch irgendwie nicht. Also mit dem stimmt gar nichts eigentlich. Immerhin hab ich die Tour gespielt. Welche Tour? Bitch fight! Ja, das mach du in deiner Abmoderation. Ja. Tschüss! Das ist die Bromal. von Siltatia Mortais. Und du hast es gehört, der Playman Wow. Es ist ein Musik. Das ist die Bromal. Das ist die Bromal. Es ist die Bromal. Ich bin ein Musik. Und du hast es gehört,